Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu BWZ-Gunfo 2 mit Qmerz Gandalf, der sich wieder homeportet, weil Langeweile hat. Ich spiele den Partywicht, er ist gerade im Hellen Special. Ist ähnlich wie der Partymice, mit der Partyanzeige rechts. Wenn sie sich füllt, mache ich halt mehr Schaden für die Zeit und bin nun allen Dingen schneller. Hast du da auch was zu sagen, oder bist du stumm? Ich bin stumm, weil ich bin gerade ein Singleplayer-Charakter. Deswegen habe ich mich bei dem Kollegen hier gestellt, der auch ein Mitspieler ist. Ah ja. Alles in Blaster ist der Partyblaster. Der Flächenschaden macht. Ja. Mein Konfetti, da entsteht Konfetti. Das Konfetti tut weh, wie wir alle wissen. Dir geht die Musik noch mehr auf den Keks, als mir wegen deinem Z-Mash. Du sagst, dir geht einem auf den Sack, warum er denn jetzt die Knochenlinsel, wo ist der hin da? War das richtig? Achso, gucken. Ja, Knochenlinsel. Ich wollte gerade eine Waffe auf Jagd, weil man schieße ist. So, jetzt können wir. Ich hoffe, ohne Schieße wäre ich wieder aus Versehen. Nein, denke ich nicht. Guck, es geht los. Ach. Ach. Ich will kurz was trinken. Ich will auch was trinken, aber wenigstens zu trinken, ja. Du bist ja schlecht vorbereitet. Ich bin schlecht vorbereitet nie. Nein. Wir lassen das von den Gamescom mal weg, glaube ich. So sieht der übrigens von vorne aus. Dein cooles T-Shirt an, oder Leute? Also meinen muss ich glaube ich nicht von vorne zeigen, weil ich eh nicht aufnehme. Ja. Ich bin. Und dahin kennt man ja auch noch aufs Aufnahme von... Voll, das warst du halt so. Anders hat er meist als Bandana. Ja. Und das hängt er vor. Ich finde den Party wichtig, warum es da nicht ist. Wirst du? Ach, doch. Wo gehen wir denn hin? Äh, B, C oder A. B war blöd. Was ist sonst ja was ich weiß. Dann nehmen wir C. Was denn? Ich weiß auch, dass wir lange nicht mehr Knocheninsel gespielt haben. Ja, das weiß ich auch. Ja, stimmt. A auch. Hatten wir nicht als Schanzen mal Knocheninsel und haben da A genommen? Kann sein. Wir sind über C. Okay. Dr. Heilzahn, warum wir hier keinen? Wird du denn da gleich aufhören wenn du möchtest? Ich glaub das hab dir jetzt einen Satelliten backgesetzt. Ja, ich wohl hätte jetzt auch einen gesetzt, aber das ist eine perfekte Situation. Genau, langsam. Wird aber Weischweite? und blut so ich bin übrigens mal ein theologe wenn man magma aber für schwer erkennen kann du gehst Knochen aus wir sind auf der richtigen Map für dich guck mal hier sind ganz viele Knochen du kannst alle mitmachen aus wie man sieht der macht nicht so viel schein der normale Wicht der normale Wicht macht glaube ich 4 pro Treffer dann machst du 2 der macht nur 3 wow ja eine Punkt ja das ist eine Menge wenn du überlegst auch kritische Treffer also Körper Treffer und kritische Treffer sind gleich also warum übrigens alle wissenschaftliche Spiele er wollte das nicht immer versuchen am Leben zu halten nein du hast nicht sterben freund ok scheint man auch daran zu liegen wie weit ich entfernt bin ja das ist immer immer bei jeder Fall so ich finde das nicht im Nahkampf mehr Schaden als auf Entfernung 40 Mal im Nahkampf 40 Mal im Nahkampf 40 Mal im Nahkampf ich glaube 18 Mal in der Entfernung was er gemacht hat ähm beim Fußsoldaten ist das glaube ich nicht so der Fall dass sich das reguliert bei wem bei wem ähm da ist das egal welche Weichweite also beim ähm Panzerkommandanten kann ich mir das gut vorstellen dass es egal ist 15 bis 16 mache ich noch Weichweite nach so einem Bus töten ja das ist mein Auftrag bleib stehen blöder Bot warum muss ich einen Körperskopf töten warum muss ich einen Körperskopf töten im Auftrag angenommen nur ist und 30 Stück davon töten hier ist ein Körperskopf auf meiner Seite auf meiner Seite let's get party hier mega laut ja ja da wird ich ihm begefalten ooooh woooooh uoooooh ich weiß nicht wie ich das vorhatte weil der ficht jetzt wohl schnell alter hallo Geschenk Geschenke jaa warte Harte Geschenke Geld dann ist natürlich also Körbe immer unten mit dem Geschenk dann was denn kein Problem ist in Erfahrungspunkte das ist auch ein Geschenk ja was hattest du einmal Geld und einmal Pflanzen weißt du, normale Pflanzen? ja ja, ich auch ich würde jetzt sagen wir normalen Kohl dünn oh, oh, oh du, du Traktier, komm raus, wir können hier spielen guck mal, hier flüssen wir mal können wir auch noch was? oh, hallo ja party da da wo wo da geh ich nicht runter das könnte nicht gehen jetzt bin ich für den Party-Modus, aber finde keine Pflanzen wie 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 Sicher wie wie da dass wie ist das ist die Wette und sie wird sie weg. Mein Platz. Hallo Rosy. Ähm... Ja. Wow. Was war das? Das ist ein Teleporter und ich bin grad irgendwie nicht verbuggt. Ich seh meinen Charakter nicht mehr. Ah jetzt. Die Seitepunkte dafür, dass die Telefonnummer gestört ist. Keine Ahnung. Die Seitepunkte sind das. Oder Geld. Da dachte ich nicht drauf. Oh nein! Eine Bosswelle! Hilfe! Meine einzige Schwäche! Eine Super-Bosswelle schon wieder? Das wäre ein bisschen viel gewesen. Ich will mich ja nicht nur noch trauen. Anscheinend. Vorher klassisch viel Gefahr als Köpfer. Ich will mir irgendwas sagen. Oder Setmash. Nicht im Party-Modus. Ach, nicht im Party-Modus. Ach, nicht im Party-Modus. Ja, dann. Ja, Party-Modus. Hallo. Danke für dich. What about it? Neee. Hier fließt das. Noch nicht mehr davon. Er spielt. Jetzt musst du telefonieren. Ja. Da wollen sie telefonieren. Oh nein. Jetzt haben wir noch mehr Party-Musik. Oh, der ist ja tot. Das ist der zweite. Ja. Wir bringen da Party-Roboter, der ähm... hält nicht so lange wie ein normaler Setmash. Weil er ziemlich stark ist. Ja, ich schau mal hier runter, fisch hinter dem Jahr. Oh nein, kein Kind, weil das ist das selbe. Ey, du. Ich stehe grad stumpf vor mir einfach nur. Was ist das? Boom. Ich hab ihn erledigt und verbrenne erledigt. Hilfe. Doktor. Hilfe. Warte. Haben wir ein bisschen Cooldown. Jetzt. Ja. Hat... Hardcore-Party. Oh. Ich hatt's aber überlebt. Gerade so. Ja. Zwei Leben. Oh. Oh. God, da hat nur so drießen!" Verte, wird ein rückstoß! Pein advisors! Gibs du mir irgendwelche Zmerzen griefen? Im必. Ja, dann千 nuestra schn&sch. Das war nix zuimpfen. griefen. Ich weiß, sie tun es gerne, Sachen griefen, aber wissen wir nicht. Feiner. Ich weiß. Ich weiß gar nicht, was du hast. Also, da geht die Musik bis jetzt nicht auf den Yaku. Warum? Das ist halt so. Wir ziehen ja nicht auf den GX. Also, oh Mensch, weilen sollen. Ja, ich lieg am Boden so'n bisschen. Das ist immer noch ein Wicht. Kein Panzer. Oh Mann. Da sind grad zweimal Sachen explodiert. Mäh. Ähm, kannst du mal weiter? Genau. Ja, gar nicht. Puh. Also, Merk, wenn du einen Ziege bist und Dreh an die mir hast, aber du dich vorher zurückverwendest, wirst die Regulation abgebrochen und wirst wieder überleben. Ja, aber der Balken war bei mir noch komplett da. Bei mir hat die Nation einfach abgebrochen. Nö. Oh Gott. Durch den Abfall, wenn man sich umwandelt, glaube ich. Wenn das gerade richtig geht. Wir haben keinen Schaden am Grabstein. Okay. Malkampfälle? Hm? Malkampfälle? Äh, infosierte Rüstung. Oh, nein. Oh, Gerpsel. Oh, Gerpsel. Oh, Gerpsel. Oh, Gerpsel. Oh, Gerpsel. Nein. Ich häng grad im Bildschirm fest. Nein! Du dumme Pflanze. Ja, sowas passiert. Wenn man nicht im Party-Modus ist. Und stirbt. Yeah! Wie sind die Brunner reingelaufen? Ich hab die nicht gesehen. Ich war zu schnell. Hast du auch mit einem zu weh? Ja, ein Vögel. Du müsst wohl Dauer produzieren für das Vieh. Auch echt. Hey, sie Rockerpsel stehen bleiben. Hier spricht die Polizei. Nein. Das sah ganz schön aus. Leute, der hätte eher noch mit den Däher springen. Mit dem Satz. Ich wüsste im Doktor. Mist! Na. Das ist halt ein Licht. Das ist halt ein Licht. Der ist kein Tank. Er ist die Glass Cannon. Nein. Nein. Bitte, Brunner. Nein. Hilfe! Da war Wasser. Da war Wasser. Ich kam da nicht weg. Kill die paar Pflanzen noch. Das schaust du. Da hinten sind noch zwei Kakteen. Genau die. Boah. Du wirfst die mit Haftkugeln. Musik gefunden. Ah! Das schätzt. Kannst du mal ein Shop brennen? Danke. Jetzt weiß ich auch, ob ich dich unter der Erde nicht gefunden habe. So. Ich finde, war das gerade eine riesen Bände, riesen improvisierte Rüstung Nahkampfswelle oder was? Kann sein. Warum ist das Nahkampf bei mir da gerade reichenrutscht? Das weiß ich nicht. Waren zwei ersten Kanonen und ähm... Praktin bei, aber Nahkampfswelle. Du bist gar nicht drauf. Ja. Der wie schnell das geht aus. Erste Luftpumpe. Jetzt hat eine klassische Glass Cannon. Hallo, wir haben es gar nicht gleich. War zu viel los, wa? Ich habe gerade fünf Sekunden genommen und weiß gemacht. Der meiste war aber schon weg. Aber wir nicht. Ach komm schon, du blöder Schnapper. Ich glaube, dass jeden... Kannst du bei mir sparen. Du musst dich nur selbst ziehen. Hab verstanden. Wenn ich tot bin, dann hebst du mich einfach wieder auf. Du passt schon. Warum? Die zwei dann sind überflüssig. Ja. Ich geh nicht auf und auf. Deine ist wichtig. Schaden machen. Sterben. Und dann sterben. Die zwei dann sind überflüssig. Das war jetzt wieso sie im Originalspiel von Gragantus geworfen werden. Oh nein, das ist eine Hardcorewelle. Das ist eine sehr krasse Welle. Wirklich. Warte, 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 warte. Wenn du ein bisschen effektiver bist, mache ich jetzt was. Wenn die auf Ratsende ist. Die nächste. Ernst darf. Okay. Ich sag's mal so. Wenigstens ist es nicht die Laserbohne. Wenigstens ist es nicht der Holzkopf. Das ist der Holzkopf. Ich schlage einfach den Effizienz. So. Ja. In mein Gesicht. Dankeschön. Hallo. Wer will ein Foto mit mir? Ja. Hier vielleicht. Warum steckt ihr da? Ja, nein. Ah, das Wunzenroche. Auf damit. Das Wunzenroche. Aua. Hilfe. Oh nein. Alle Spiele sind die Charaktere. Aua. Ich dachte grad, der hätte es jetzt abgeboren. Aua. Hey. Halt. Halt. Kann ich auch für mich hier durch die Gegend schleudern? Halt, das ist meine Heilstation. Das ist fuck fait. Verrecke Ich hab noch die O-Glabs Jawoll, Mann Der Letzten wird der Explosion noch erledigt Ich hätte nackhaft gegen meinen Scheißrauch erzten Die O-Glabs Ja Ja Alle erledigt Ja, hab ich zwei über die Karte bekommen Ich hab' mich schon zu gut Ich bin zwar hundertmal gestorben, aber ich war zu gut Hier bin ich eigentlich gestorben Ich bin auch noch zu mir gleich Aber ich durfte jetzt eigentlich keinen Kill mehr machen Sixty da hin Hehehehe Hehehe 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 Hey, mir fällt's mich wahrscheinlich nicht Kannst mich jetzt wiederbeleben Ja, wut Jetzt gleich Ach, wer schießt mich nieder Keiner Ach, ich werd hier auch gehealt Jetzt darfst du mich wiederbeleben Hehehe Du hast schon gerannt Wir wären da in der Heilstation gewesen Aua Hol dich selbst wieder Mach ich jetzt auch Mach Easy So, ich bin gespannt wie oft ich gestorben bin Hehehe 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 Ich weiß, ich hab auch schon den Folgetitel im Kopf Hehehe Hehehe Was denn? Danke Das zeig ich dir nachher Ist das ein Packchen? Ja? Vielleicht? Dann rechnen wir den Spiel 2.000 Oh verdammt Hehehe Hehehe Abgeschossene Pflanzen 83 68 Cheater Bosse 5 4 Hehehe 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 Chaos der Spieler Hehehe Hehehe Präzision 34,54 33,03 Ey, wir waren nicht nah dran, ne? Kritsche Treffer 122 384 Punkte pro Minute, 164 165 Wiederbelebt die Teamgeberraten? Eine Neun Hehehe Hehehe Boah, wir müssen Teamgeberraten werden, wir haben heilt, wir müssen bleiben und wiederbelebt Geheilt Ja, geheilt 4 0 4, das ist 4 mal geheilt, wuuuuhu Gesundheit wiederhergestellt, 0 740 18 Abschüsse durch geschworene Zombies, 81 8 Effekt der Wend 5 5 Bondus 10 A1 Uuuuh Ja Neunmal gestorben, beziehungsweise zehnmal, am Ende bin ich ja nochmal einmal gestorben, hab mich dann aber selbst wiederbelebt Ja Ich bin zehnmal gestorben, das ist doch schön Ja Ne gut Leute, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal, im PVZ, oder was anderem Tschö Tschö Ei 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 Ei